Oh, ist das kalt hier! Ich frier mir hier gleich den Arsch ab! Ja, glaub ich dir, Bitchdoll. Aber guck, das Alpha-Yoshi! Es ist nur noch ein Eis-Knotz. Scheiß auf das Alpha-Yoshi! Oh, hallo, meine kleinen Zuckerbohnen! Willkommen zu einem weiteren Part! Princess Peach! Ich meine, Drake Bitchdoll! Verdammte Scheiße, ist das kalt hier! Nichts wie loslegen! Ich hab keinen Bock mehr auf diese Welt! Hier ist es mir definitiv zu kalt! So, aber ein bisschen bewegen und dann sollte das schon gehen. Aber wisst ihr was? Ich brenne einfach ein bisschen vor Leidenschaft! Ist das kalt! Gleich schon viel besser! Hier ist es doch schön warm! Mädels, ihr seht schon, was ich hier durchmachen muss. Heisekalt ist es hier! Aber jetzt hab ich mich wenigstens ein bisschen... Haha, aufgewärmt! Oh, das wird kalt! Ich mag diese Welt nicht! Hier ist es mir viel zu kalt! Geh weg! Du blödes Fidu! Ich glaub, ich sollte mich mal kurz aufladen! Und du? Das will diese wundervolle Wärme geben! Schon viel besser! Hm, es ist so schön hier! Es ist zwar scheiße kalt! So, weiter geht's! Ja, ihr Lieben, wir haben ja was zu tun! Wir wollen ja schließlich immer noch unsere Tauts kriegen! Was willst du denn? Willst du mich verarschen? Blödes Vieh! Zäh, zäh, zäh! Geht ja schon wieder gut los hier! Jo, aber reg dich bitte nicht schon wieder so auf! Ich reg mich niemals auf! Okay... Hm... Komm ich da durch? Sehr schön! Ich wollte doch gerade sagen... Wehe! Oh, jetzt wird schon wieder so kalt hier! Oh, was bist du für ein komisches... Sag mal! I cannot glauben! So, geht doch! Warum nicht gleich so? So, la, la, la... Ich mag diese eisigen Temperaturen hier nicht! Mando! Oh, warum muss ich mir hier den Arsch abfrieren? Das ist unfair! Das kann Mario gefälligst machen, da habe ich keinen Bock zu! Hm, gucken wir erst mal, was hier zwischen in dieser Tür ist! Hm, hier scheint irgendwie nichts zu... Oh, vorsichtig! Ah, ein Bämmchen! Komm her, kleines Bämmchen! Ich brauche ein bisschen Energie und du darfst mir dabei helfen! Hm, ja, diese Ehre ist nur dir zuteil geworden! Kannst du mal sehen! Hm, komm her! Ich meine, wenn wir schon gratis aufladen kriegen, warum dann nicht nutzen? So, du kommst auch hier! Ich sehe einen Toddy! Und wo ein Toddy ist, bin ich nicht weit weg! Geh weg! Lass mich da hoch! Hallo, Toddylein! So, den ersten haben wir schon mal wieder gerettet! So muss das sein, Mädels! So, bla, 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 bla! Ich meine, so toll die Musik hier auch ist! Aber so scheiße kalt ist es auch hier wieder! Mann, oh! Immer ich! Immer muss ich mir hier den Arsch abfrieren! Puh! Und was willst du? Geh weg! Lass mich da durch! So! Ich kann nicht glauben, werd mal hier nicht frech! So! Waren wir hier schon gewesen? Achso, das ist der andere Weg wahrscheinlich! So, geh nach weg! Lala, lala! Okay, gut! Hier sind wir schon gewesen! Okay! Setz die Hilftschwung! Der funktioniert nämlich wunderbar! Geh weg! Na, na, na! Yeah! So! Wo gehen wir denn jetzt hin? Da ist noch ein Toddy! Geh weg! Du stinkst! Hm! Okay! Lass mich da durch! Ach, ich hab genug von dieser Kälte hier! Puh! Und so schnell wärmt man sich natürlich auf! Hihihi! Ja, bin ich ein kluges Mädchen? Ja! Ich bin klug! So, K-L-O-K! Hm, okay, da darf ich nicht hoch! Wie gemein! Dann gehen wir halt hierhin! Du kommst auch mal mit! La, 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 la! So! Dam, da, dam, da, dam! Ich hab die Schnauze voll! Hier ist es so scheiße, Kälz! Oh, bloß nicht runterfallen! La, 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 la! So! Was haben wir hier? Hm, 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 eine Röhre! Hättest du die Güte, mich da reinzulassen? Wieso darf ich da nicht rein? Das ist aber gemein! Mann, oh! Na gut! Dann machen wir einfach weiter! Sexy Hüftschwung! So! Dann halt nur mit meinem sexy Hüftschwung! Wo ist das Problem? Na, na, na! Na, 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 na! Äh, okay! Bin ich denn jetzt gelandet? Oh, da ist ein Toddy! Da ist ein Toddy! Nur für mich! Ah, kalt! 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 Oh, mein schönes Kleid! Ich bin gleich ein Eiszapfen! Scheiß drauf! Kann Perry sich den Arsch abfrieren? Ejo, das ist immer nicht sehr nett von dir! Das, mir ist auch geil! Scheiß drauf! Bist nur du! So! Wenn ich da durch will, will ich da durch, du blödes Vieh! So! Rrr! Er kriegt ja schon wieder Wutanfälle! Hier bis hin geht nicht mehr! Du hast doch immer deine Wutanfälle! Stimmt ja gar nicht! Ich bin liebheizend, sexy, bezaubernd und awesome! Ich bin kein... Ihh! Biest! Ich doch nicht! Oh, Scrolling! Scrolling finde ich aber nicht so toll! La, la! La, la, la! Na, na! Ich bin so hübsch! Niemand kann mir das Wasser reichen! La, la! So! Hier muss ja gleich das Ziel sein! Verpiss dich! Was auch immer das war! Ich dachte, das war ein Kugel, Willi! Kusch! Kuhle! Die nehmen wir doch mit! Scha, la, la, la! Hab ich mal erwähnt, dass ich keine Scrolling-Leveln mag? Hm, 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 hm! Wie kommt Mario da eigentlich durch? Das möchte ich wirklich mal gern wissen! So! Wuh, hier gibt's doch Talerchen! Die nehmen wir natürlich mit! Ich mein, Mädels, wenn schon, denn schon! Nicht wahr? Schon wieder ein Puzzleteil! Ah, das schick ich mal an Benji und Kazooie weiter! So, Puzzleteil C! Schieß mich tot, interessiert mich nicht! Ich mein, wer will schon diesen Scheiß haben? Nee, da will ich nicht lang! Da will ich nicht lang! So, aufgepasst! Sexy Heftschwungen! Woohoo! Yeah! Könnt ihr mal sehen, Mädels! So, macht man das! Mua! I'm the sexy fucking princess, Bitch! Ja, äh, das war ja eigentlich ganz okay! Natürlich war das okay, Perry! Das war schließlich ich! So, los geht's! Nächste Runde! Was erwartet uns wohl hier? Hm, immerhin kein Scrolling! Aber ich geh erstmal hier oben lang, denn hier oben ist meistens Wasser steckt! So, vorsichtig! Nicht aufgespießt werden! Uh! Da oben scheint ich aber ganz schön viel zu verpassen! Aber egal! Erst wird oben lang gegangen! Gut, da ist nur ne Tür! Okay! Dann gehen wir einmal zurück! La, la, la! Gut, dass wir dieses tolle Schirmchen haben! Ja, ich find mich auch toll! Ja, Perry! Manchmal kannst du ja richtig nützlich sein! Oh, und das von dir! Wow! Das war ja mal ein richtiges Lob! Ja, seht ihr, Mädels? Ich kann nicht nur zickig sein! Ich kann auch nett sein! Man muss nur nett zu mir sein! Die meisten Zeit bist du trotzdem nützige! Das stimmt ja gar nicht! Das stimmt ja wohl! Und schon wieder so ein blödes Puzzleteil! Was soll ich denn damit? Davon hab ich doch schon so viele gesammelt! Naja, was soll's! Komm ich da hoch? Als ob ich da nicht hochkomme! Lass mich da hoch! Verfluchte Scheiße nochmal! Na gut! La, Freuden-Kennstir, verpiss dich! So! Habt ihr das gesehen? Da hat sie weggeweht! Der war wohl... Oh! So ne Scheiße! Das ist doch Mobbing hier! Nee, wir sind einfach nur zu blöd zum Fliegen! Harry! Ich sag nur die Wahrheit! Blödes Vieh! So, was haben wir hier? La, la, la! La, la! Okay, hier geht's unten und... Ah! Fast runtergefallen! Das war knapp, Mädels! Geh weg! Das war knapp! Und da oben ist ja auch noch was, nicht wahr? Die Frage ist nur, unten oder oben? Wo geht's zuerst lang? Oh, Kohle! Kohle finde ich natürlich wundervoll! Ihr wisst ja, für Geld bin ich immer zu haben! Besonders bei diesen komischen Preisen, bei diesem Toad! Da fällt mir übrigens ein... Ich weiß ja, an welchem Level ich Münzen fahren kann! Ja, Mädels! Und das werde ich auch natürlich bei Gelegenheit machen! Ah! Bloß nicht runterfallen! Sexy Hüftschwung! So, jetzt will ich wissen, was da oben ist! Los, beweg dich! Ich will heut noch da hoch! Ich mein, ich komm sonst zu spät zum Tee! Das geht nämlich! Ah! Ah! Okay! La, 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 la! Ich schwebe! So! Uh! Das war aber Glück, Mädels! Ich will da verdammt nochmal durch! Also, macht gefälligst Platz! An der sexy fucking Princess! Ich will da durch! Und wenn ich da durch will, habt ihr Platz zu machen! So! Hallo, Toaddy! So! Oh! Oh! Das tat weh! Ich kann schon wieder anfangen zu wollen! So! Lass mich da unten durch! So, sehr schön! Sehr schön! Fallen wir einfach mal hier runter! Hier kann mir ja nichts passieren! Hoffe ich jedenfalls! La, la! Erfiss dich! So! La, la, la! Hm, aber die Münze hätte ich schon ganz gerne! Ah! Yes! So macht man das! Wer ist die Beste? Ich bin die Beste! So! Da, la! Und da da unter bestimmt auch noch Geld ist! Hoi! Nehmen wir das natürlich mit! Ich meine, wenn schon, denn schon! Wenn schon, denn schon, Mädels! So! Gibt es hier auch noch was umsonst? Hm! Wir werden es herausfinden! Oh, nicht schon wieder ein Scrolling-Pab! Scrolling ist scheiße! Geh sterben! Hihihi! Willst du sterben gehen? Nein? Du tust es trotzdem! Ah! Uh! Wie kannst du es wagen, mich anzutatschen? I cannot glauben! Kann ja wohl nicht wahr sein! So! La, la, la! Tschüss! Da hat sie umgehauen, den Hammer, Bro! Tja! Oh, Geschenke! Los! Öffne dich! Gib dein Geheimnispreis! Immer her mit der Kohle! Na, na, na! So! Hm! Okay! Geh mal weg da! Okay, da war aber nichts versteckt! Da ist doch bestimmt ein Toddy hinter! Bestimmt! Das kann doch nichts anderes sein! Äh, okay! Also hier gibt es definitiv einen Toddy! Das muss einfach so sein! Warum muss man nicht die ganze Arbeit hier machen? Ich habe nämlich gar nicht Lust dazu! So! So einfach geht das! Yeah! So macht man das! Geh weg! Kusch dich! Oh! Okay! Gut! La, la, la! La, la! Aber hier unten gibt es auch nichts Besonderes! Hm! Muss ich wohl eine Etage höher? Jetzt komme ich da nicht mehr hoch! Nein! Wie unfair! Wobei! Nein! Stopp! Panzer! Warte! Wartest du wohl auf mich? Hallo! Ich bin nicht so schnell in diesem... Kleid! Hm! So! Stehen bleiben! So! Du kommst mit! Du kommst mit! Und du wirst mir da jetzt hochhelfen! Ob du willst oder nicht! La, la, la! So! Geh doch! So! Noch einen kleinen Moment warten! Da ist ein Toddy! Und wo ein Toddy ist... Da ist natürlich auch eure Drake-Bitch-Docke! La, la, la! Ähm... Okay! Ich fürchte, ich habe keinen Fehler gemacht! So! Hoffentlich kommt er wieder! Wer, wenn nicht! Scheiße! Ich habe missgebaut! Okay! Okay! Dann gehen wir mal kurz in die Etage tiefer... Und warten einen Moment! Na, 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 na! Der kommt doch... Als ob der jetzt nicht wiederkommt! So ein faules Pack hier! Hm... Wo führst du mich hin? Wobei, erst will ich den Tod haben! Ich will das Toddyline haben! Na, 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 na! Wir wollen zu meinem Toddy. Wir können ihn doch nicht einfach hier lassen. Als ob ich so gemein bin. Nee, 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 nee. Ich achte auf meine Untertanen. Willst du mich verarschen? Ob der jetzt auf einmal wieder da ist? Zur Strafe? Wird es mal tot gerettet? Und dafür mache ich dich platt. Und zwar sowas von platt. So. Gerechtigkeit wurde getan. Hm, hm. So. Jetzt können wir weitergehen. Willst du dich mit mir anlegen? So. Die Strafe wäre es eigentlich, den Arsch abfrieren zu lassen. Aber so fies bin ich. Geh weg, du Stinke. Cooper, du. So. Na, na, na. Entschuldigt meine verbalen Ausrutscher. Das muss halt sein. Ich sag mal. Geh weg. Verdammte Scheiße noch mal. So. Wenn du mich nicht durchlässt, zieh ich harte Seiten auf. Wo ist das Problem? Geh weg. Da, 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 da. Wofür ist das Trampo? Okay. Wir laden uns jetzt mal auf und machen einen Spaziergang. Uhu. Okay. Scheiße auf den Spaziergang. Das hat sich gerade eben erledigt. Andererseits will ich ja noch gucken, ob hier noch was versteckt ist. Verdammt. Und zugenäht noch mal. Okay. Hier war die mittlere Tür. Okay. Ich hab also nichts verpasst. Na, 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 na. Ah. Heute ist nicht mein Tag, Mädels. Heute ist nicht mein Tag. Uh. Ui. Das ist halt ein bisschen zu schnell. Ich wollte gar nicht knutschen. So. Bleib hier. Lass mich da hoch. Kohle. Kohle ist so toll. Da, da, da. Jetzt werden ein paar Herzen nicht schlecht. Hm. Aber krieg ich natürlich wieder nicht. Was denn auch sonst? So. Okay. Da war ein Herz. Rumsdi-Dums. Zack. Und zack. So geht das. So. La, 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 la. Ich bin so hübsch. Geht doch. Dam, 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 dam. So. Die Kohle dürfen wir natürlich nicht vergessen. Du liegst so schön. Du kommst mit. Oh, Chumpies. Hm. Das war schlecht. Das war nämlich das halte Ding, was ich haben wollte. So. Oh. Böse Fischi. Böse. Böse. Böse, böse, böse. Ich mag diese Fischis nicht. Die sind immer so aufdringlich. Hoi. Sech, sie hat Schwung. Als ob ich da jetzt hochgehe. Okay, offenbar muss ich hier hoch. Hm. Du kommst her. Du kommst auch nochmal mit. Hoi. Hoch jetzt. Teddy. Da ist er doch schon. Sehr schön. Wunderbar. Zack. Und jetzt können wir auch da hoch. Sehr schön. Tja, ich kann sogar Rätsel lösen. Prinzessinnen sind nicht immer doof. Nein, nein, nein. Cola. Und hier kriegst Geld. Wuh. Wundervoll. Yay. So. I believe I can fly. Okay. Scheiß auf die Bombe. Wer braucht die schon? So, wie ich jetzt mir das Trampolin hole. Wozu kann ich fliegen? Ich mein, wozu bin ich denn so luftig leicht? Wozu habe ich einen Regenschirm? Da kann sogar Mary Poppins mit einpacken. Denn heute fühle ich mich super, Kalifragi. Lustig, expialigetisch. Ja, ich kann solche schweren Wörter auch aussprechen. Kaum zu glauben. Und das, obwohl ich blond bin. Das könnt ihr mal sehen, Mädels. So. Ist das hier eigentlich irgendwo das Ziel? Was bist du denn, komischer Freak? Ey, wusstest du schon? Irgendwo auf der Gemütsinsel erwartet dich ein äußerst seltsamer Gegner. Seine Form entspricht einem Stern. Man sah ihn bereits überall. Vom Eulenwald bis hin zum Silberfirn. Habe ich jedenfalls gehört. Er soll ein zäher Brocken sein. Du musst ihn immer und immer wieder angreifen, um ihn zu bezwingen. Sei vorbereitet, wenn du auf ihn triffst. Äh, okay. Ich hab die perfekte Vorbereitung. Komm. Du feige Sau. Das ist ja wohl nichts. Der haut er einfach ab. So ein... Ich krieg doch hier ein zu viel. Ich wollte ihn gerade so schön denken. Und er haut einfach ab. Ey, yo. Also mit dir würde ich auch nicht ausgehen wollen. Halt die Schnurze, Peri. Okay, wie ist das Kichdreißig-Münzen? Es kann ja wohl nicht wahr sein. Warum verlängst du denn meine Gefühle so? Okay, mein Zuckerboot ist nützlich. Ich geh jetzt erstmal in der Runde heul. Und daher würde ich sagen, drückt aufs Dornchen, kommentiert fein und schaltet auf wieder beim nächsten Mal ein. Ciao. Ciao.